Jetzt im 2022, seit Anfang des Jahres, dass im Rahmen ICD-11 die Diagnose komplexer posttraumatischer Belastungsstörungen als Einzeltiagnose jetzt eben anerkannt ist. Und viele von euch sind vielleicht erleichtert, weil sie jetzt genau wissen, okay, das ist ja meine Erkrankung. Aber ich denke, dass immer noch ganz viele Fragen eben offen stehen und einige immer noch nicht sicher sind, ja, bin ich jetzt eigentlich traumatisiert? Und welche Symptombereiche hat denn diese Erkrankung? Ich bin Gabriela, psychologischer Berater und spezialisiert auf komplexer posttraumatischer Belastungsstörungen bzw. auf Trauma-Folgestörungen. Und bevor wir weitergehen, möchte ich dir gleich eine ganz große Neuigkeit erzählen. In meiner Organisation findet Anfang Oktober der erste Online-Trauma-Kongress und zwar im deutschsprachigen Raum. Das heißt für Deutschland, Schweiz und eben Österreich. Und du bist natürlich auch dabei. Du erfährst ja noch alle Informationen in den folgenden Wochen. Es ist erst ein paar Wochen her, dass sie bei der wunderbaren Michaela Huber, sie ist ja wirklich eine Expertin für Psychotraumatologie, eine Fortbildung gemacht hat. Und es ging ja um komplexe posttraumatische Belastungsstörungen. Ich möchte dir jetzt eben aus diesem Kurs bzw. aus den Erkenntnissen der Wissenschaft und der Erfahrungen der Therapeuten berichten. Lass uns vielleicht als Einstieg gemeinsam anschauen, welche Art von Traumatis gibt es. Das Wort Trauma bedeutet an sich Wunder. Also das ist eine Verletzung, was uns zustößt. Und wir unterscheiden grundsätzlich zwischen körperlichen Traumatis. Also es kann zum Beispiel sein, wenn ein Schütteltrauma einem Baby eben zustößt. Wenn man das Baby vielleicht schreit und der älteren Teil fängt das Baby zum Schütteln an, wobei sich ja eben der Kopf sehr schnell und ungewollt bewegt. Und dabei erleidet das Baby ein sogenanntes Schütteltrauma. Dann eben die seelische, also sogenannte Psychotraumata, wobei wir seelische Wunden und seelische Verletzungen uns zuziehen. Wir können Psychotrauma, also diese seelischen Wunden, sehr gut charakterisieren und beschreiben, weil wir genau wissen, dass diese Traumata durch existenziell bedrohliche Ereignisse entsteht. Das heißt, dass man bei solchen Ereignissen meistens Todesangst hatte, die Gefühle der Verzweiflung und Hilflosigkeit oder eben Ohnmacht hatte. Und die können typischerweise sein, zum Beispiel der Krieg jetzt in der Ukraine oder Naturkatastrophe, wie letztes Jahr Überflutung, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder natürlich Unfälle. Aber, und das ist ja bei komplexer posttraumatischer Belastungsstörung auch entscheidend, dass wir durch zwischenmenschliche Beziehungen diese Gewalt erfahren und dadurch diese komplexe posttraumatische Belastungsstörung dann auch als Erkrankung entstehen kann. Ein ganz großer Unterschied dazwischen gibt, ob ich ein traumatisches Erlebnis erlebt habe oder ob ich traumatisiert bin. Wie kann ich denn das unterscheiden? Also ein Trauma ist letztes Endes oder es wird zu ein Trauma und demnach werde ich ja traumatisiert, wenn dieses traumatisches Erlebnis in meinem Körper nachhaltige Einwirkungen hinterlassen hat, welche ich nicht verarbeiten konnte. Das sagt ja auch schon, dass ein Trauma letztes Endes bei mir entsteht, nur dann, wenn ich dieses Ereignis damals eben durch mein Gehirn nicht verarbeiten konnte und dementsprechend mein Gehirn vollkommen überlastet war und überfordert war. Und damit ich das aber überlebe, hat sich ja das Gehirn gewisse Strategien entschieden und gewisse Mechanismen haben sich ja entwickelt und dann habe ich tatsächlich ein Trauma und dann bin ich auch traumatisiert, weil durch diese Ereignisse, da ich nicht verarbeiten konnte, ich mir eben Symptome und Beschwerden entwickelt habe. Wenn solche lebensbedrohlichen Erlebnisse nicht zeitnah verarbeitet werden können, dann entwickeln sich eben Symptome und dadurch äußern sich ja diese erlebten Ereignisse und die können, wenn man nicht verarbeitet, auch sogar transgenerational dann weitergegeben werden. Entscheidend und sehr wichtig ist es, gerade bei komplexer posttraumatischer Belastungsstörung, zunächst werde ich das dann immer als KPTBS nennen. Wichtig ist es, dass man diese Traumata in dem frühkindlichen oder jugendlichen Alter so schnell wie möglich verarbeitet bzw. in die Bearbeitung einsteigt, damit sich diese Symptome nicht chronifizieren und letztendlich nachhaltig sogenannte degenerative Veränderungen in unserem Körper erzeugen. Demnach wir schon sehr alte und, ich sage mal, verkrustete Symptome und Beschwerden entwickeln. Wenn ich also traumatisiert wurde, also dass ich ja seelische, körperliche, geistige, aber auch auf Beziehungsebene nachhaltige Folgen im Rahmen der Symptome entwickelt habe, ist ganz entscheidend, dass ich einen gewissen Schutzfaktor zur Heilung oder auf dem Weg der Verarbeitung in der Nähe habe und zur Unterstützung habe. Das ist ja meistens dann eben ein sicherer sozialer Kontakt. Das Problem besteht ja bei den meisten von uns, dass wir damals eigentlich gar keinen sicheren Kontakt und soziale Unterstützung hatten. Dementsprechend mit den Folgen der Trauma blieben wir ganz schön alleine. Diese Situation und diese Überforderung schaffen und überleben. Naja, dieses Erlebnis, was wir hatten, wird unser Gehirn ganz schön in kleine Fragmente aufsplitten. Darüber habe ich auch schon im Podcast gesprochen. Und wir speichern letztes Endes das Ereignis in einzelnen kleinen Stückchen, wie so Puzzlestücke, ab, damit wir uns schützen und damit wir auch das meiste, was vielleicht sehr viel Schaden anrichten würde, zumindest zu damaligem Zeitpunkt auch, beziehungsweise mit sehr viel Schmerz einhergeht, dass wir das erstmal konservieren und schön verschließen. Du möchtest sicherlich auch irgendwie erfahren, okay, welche ersten oder die wichtigsten Symptome sind das, wo du vielleicht auch schon mal Verdacht schiffst und du sagst, okay, ich könnte ja eben am PTBS oder KPTBS erkrankt sein oder ich habe ja in meiner Umgebung jemanden oder in meinem Arbeitsumfeld jemanden, wo, naja, solche Symptome hat und für dich einfach aufgefallen ist und auch helfen möchtest. Ich möchte dir jetzt einfach nur vorlesen, weil das ist auch in den Unterlagen von Michaela Huber ein Zitat, was an sich Traumafolgestörungen sind. Und das hat man in 2016, das hat Kroll-Grüßmann beschrieben, unter Traumafolgestörungen versteht man alle psychischen und körperlichen Erkrankungen, die infolge einer Traumatisierung zum einen durch die Schwere des Ereignisses selbst, zum anderen durch eine Überforderung der persönlichen und sozialen Ressourcen auftreten können. Die häufigste Traumafolgestörung ist die PTBS. Des Weiteren können Depressionen, Angststörungen und Suchterkrankungen auftreten. Hauptsymptome eines PTBS sind die Wiedererleben, also die quälende Wiedererleben, die nennt man Intrusionen, und Vermeidung und gefühlsmäßige Betäubung, Numbing nennt man das, sowie eine anhaltende körperliche und psychische Übererregung, Hyperaurosal. Durch das erhöhte Aurosal und das gleichzeitige Wiebetäubtsein, bildlich gesprochen mit gezogener Handbremse, auf Hochtouren fahren, kommt es oftmals zu körperlichem Stress und Erkrankungen. Das ist grundsätzlich die Ursache, dass wir tatsächlich körperliche Symptome und Beschwerden entwickeln, dass der Körper zugleich auch aktiv ist und übererregt ist durch die Erlebnisse, aber auch in einen Modus von sich Betäuben versetzt. Und diese innere Spannung und innerer Widerspruch ist letztes Endes die Ursache, dass wir erkranken. Die Betroffenen, die KPTBS haben, leiden häufig darunter, dass sie nicht in der Lage sind, Selbstfürsorge zu praktizieren. Das heißt, dass sie um sich selbst nicht kümmern. Das kann ja verschiedene Gründe haben. Weitere Schwierigkeiten sind, dass man im Leben wenig Sinn findet oder dass sichere Bindungen sehr schwer gestaltet und eingehen kann. Es gibt auch Schwierigkeiten mit einer entsprechenden und angemessenen Körperwahrnehmung, aber auch unser Selbstbild, also Selbstwahrnehmung, ist ja absolut verändert. Eine weitere und ganz typische Traumafolge bei KPTBS ist die Dissoziation. Höchstwahrscheinlich, dass du ja Weiche auch hast. Manche haben das unbewusst und merken das, können sie nicht wahrnehmen. Manche wissen ja sehr gut darum. Dazu gehört ja auch zum Beispiel der Flashback. Ein gewöhnlicher PTBS kann ja auch eben wiederkehrendes Leid im Sinne dieses Wiedererleben haben, also Flashbacks erleben. Aber ein ganz großer Unterschied ist es, dass KPTBS sogenannte emotionale Flashbacks vorrangig hat. Und diese emotionale Flashbacks sind ähnlich wie die Flashbacks, also die klassischen Flashbacks, wobei ich ja von ein Sekunde auf andere ganz prompt in die Vergangenheit zurückversetzt werde. Aber emotionale Flashbacks sind dadurch charakterisiert, dass sie kein visuelles Wiedererleben haben, sondern es geht primär um emotionale und Körperbefindlichkeitszustände. Zum Beispiel, also jeder Körper hat zum Beispiel eine Temperatur. Und die Nähe von einem Menschen erzeugt eine gewisse Wärme. Und kann sein, dass diese ganz subtile Temperatur von dem anderen Menschen dich in einen emotionalen Zustand plötzlich versetzt, wo du nicht weißt, was los ist, aber du bekommst zum Beispiel entweder eine Flucht- oder Kampfmodus. Also du reagierst sofort und du kannst es an sich nicht mit dem Verstand erklären, wodurch das ist. Du wurdest aber dennoch getriggert, also erinnert an dieses traumatisierende Ereignis, ohne dass du dabei bildliche Erinnerungen oder gerade eben bildliche Wahrnehmungen dazu hättest. Das war jetzt ein Sammelsurium an ganz vielen Symptomen. Jetzt mal für das Erste. In dem nächsten Video werde ich ja viel tiefer auch auf dissoziative Erlebnisse und verschiedene Arten der Dissoziation eingehen. Und ich hoffe, dass dir ja auch das heutige Video einiges gebracht hat. Und wenn du Fragen hast, bitte in den Kommentarfeld. Und ganz bald, dass ich dort auch eben ja den Termin für unser Online-Kongress posten werde. Und hab eine wunderschöne Zeit und bis sehr, sehr bald. Ja, tschüss, Gabriela. Ja, tschüss, Gabriela.